Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute bin ich mal ein bisschen anders gestylt. Ihr wisst ja, crazy Dienchen und so. Bei Lea von DM ein ganz tolles Shampoo, stelle ich euch vor. Ohne Silikone, für jeden Tag geeignet, Blaubeere. Oh, ich esse ja Blaubeermuffins so gerne. Oder richtig frische Blaubeerfrüchte. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal verwendet. Das riecht wie Obstkorb oder Obstsalat, ich weiß nicht. Ja, hier steht ja auch betörendes Dufterlebnis. Nicht zu viel versprochen, also ich hatte ja schon im Laden den Duft probiert. Total super. Also wirklich nur zu empfehlen. Ja, ich muss aber auch wirklich meine Haare jeden Tag damit waschen, weil die sonst recht schnell nachfetten. Aber das ist nicht so schlimm. Also ich meine, ich habe ja die Möglichkeit, die Haare jeden Tag zu waschen. Und dafür, dass es so toll duftet, so super riecht, ja, wirklich nur für euch zu empfehlen. Also hier steht auch, die Pflegeformel mit wertvollem Blaubeerextrakt vitalisiert Haar und Kopfhaut. Der Aufbaukomplex mit Vitamin B3 und Provitamin B5 legt ihr Haar geschmeidig jeden Tag, ohne es zu beschweren. Und das stimmt. Ja, ohne Silikone, habe ich ja schon gesagt. Und ein super Dufterlebnis und ja, total super. Holt es euch auf. Und ja, schreibt gerne Kommentare, liked mein Video, abonniert mich und ich sage bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss.